Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute mal was von Lidl zeigen. Genau, die haben jetzt gerade ein paar Sachen im Angebot für Kinder, für kleinere Kinder. Ich hatte jetzt diese Hose hier in der 122, 128 mitgenommen mit diesen wunderschönen Dinos. Die ist hier drin auch ein bisschen gefüttert. Also weich ist sie auf jeden Fall. Kindershorts. Angenehmer Tragekomfort durch hohe Baumwollenteile. Elastische Bund mit Kordel mit seitlichen Eintrifftaschen. Bündchen am Beinschluss. Ach so, das hier meint ihr Bund. Ja, ich finde die gut. Es gab auch noch ein bisschen kleinere davon, aber wir bräuchten ja die großen. Hier sind ja die Kordels. Ja, ich finde die Hose schick. Die gab es auch nur in dunkelgrün mit so einem kleinen Griffen mit so einem Dino-Muster so ein bisschen. Aber wir haben, also das Kind hat entschieden, zweimal Dino mitzunehmen und die haben wirklich nur, die waren runtergesetzt. Worte zu gucken. Da muss ich mal schnell ein Pokémon nachschauen. Hier. Hier. Dino-Muster. Hier. Dino-Muster. 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 gekauft. Ich hatte Pinguin zwei Mal geholt. Was hatte ich noch geholt? Die Hosen hatte ich geholt. Den Tomatenmark hatte ich zwei Mal geholt. Genau, drei Spritzkuchen habe ich geholt. Die waren auch diese Woche reduziert gewesen. Dann habe ich noch einen Donut geholt. Mit der Lidl App habe ich den gratis bekommen, den Donut. Ja, und das war ja, und überall habe ich eine ganze Menge gespart und zusammen habe ich gespart 6,79 Euro. Ja, und bezahlt habe ich 13,80 Euro und mit den 6 Euro hätte ich fast gute fast 20 Euro bezahlt. Aber so habe ich Geld gespart. Hier unten steht es dann nochmal da. Ihr habt diese Summe gespart. Genau. Und weil die reduziert waren und wir brauchten dann so und so neue Hosen und längere Hosen, weil die von dem Kind langsam zu klein werden. Deswegen habe ich gesagt, komm, such dir zwei Hosen aus. Wenn die die Größe gibt, ich zeige sie dir. Und du darfst sie aussuchen. Und er hat sich zweimal für die Dinos entschieden. Genau. Und dann war ich nochmal bei Rossmann gewesen. Das Kind durfte sich ja einfach was raussuchen, weil er eine gute Arbeit geschrieben hat in der ersten Klasse. Genau. Und da hat er sich was rausgesucht. So ein Lego City Kamera. Genau. Die kostet glaube ich fast 20 Euro hat die gekostet. Ich habe in Kassenzelle hier 19,99 Euro gekostet. Ja, 20 Euro. Und dann habe ich mir das hier von der Lied äh, Rossmann App gratis geholt. Also das gab es gratis dazu. Dieser Pflegelippenstift, der kommt zu euch in die Verlosung, hatte ich mir gesagt. Genau. Weil ja im Dezember auf jeden Fall nochmal eine Verlosung kommen. Eine heimliche. Irgendwann mal im Dezember, wenn ich mal Lust habe, wenn wir ein bisschen was zusammengekriegt haben. Genau. Ja, diesmal war das hier. Und nächstes Mal, also immer wenn du es heute gekauft hast, also dieses Gratis-Produkt oder was gekauft hast und dann das Gratis-Produkt bekommst, kriegst du das nicht gleich in den gleichen Tag, sondern erst in den nächsten Tag. Und das war irgendwas für Männer, glaube ich, gewesen. Ein Duschgear oder irgend so was. Zwei verschiedene Arten durfte man sich da aussuchen. Und das hier hat ja eigentlich 1,29 Euro gekostet. Genau, das habe ich ja Gratis bekommen, so gesagt. Genau. Und dann habe ich nochmal mit der 10% Rossmann-App nochmal 2 Euro gespart. Ja, so bin ich dann nicht auf 21,28 Euro gekommen mit dem hier. Das hier habe ich ja auch dann Gratis bekommen. Das ist hier mit abgerechnet. Habe ich nur noch 17,99 Euro bezahlt. Genau. Das habe ich ja Gratis bekommen und das von meinem Sohn, dass die Kamera von Lego habe ich dann nochmal 2 Euro gespart von den 20 Euro. Also habe ich gut gespart. Also hätte ich dann sonst keine 20 Euro bezahlt, sondern 18 Euro, so gesagt. Genau. Das fand ich gut. Ich nehme gerne die Rossmann-App und sparen kann man immer. Hier könnt ihr auch sehen, dass ich das auch Gratis bekommen habe hier. Da habe ich die 1,29 Euro wieder Gratis dazu bekommen und hier die 10% und hier dann die Endsumme. Genau. Das hier lege ich auf jeden Fall für euch in die Verlosung für Dezember. Da kommt mal noch eine Verlosung dazu. Ja, meine Lieben, das war ein kleines Video gewesen, was ich für euch gemacht hatte. Ja, und mehr habe ich auch heute nicht eingekauft. Das reicht völlig aus. Ja, so meine Lieben, ich werde mich jetzt verabschieden und habe noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend. Ich sage Tschüssi.